Na, da sieht man vor Florian Scheller beim Sribben. Ne Flo? Komm, zeig was man in der Hose hast, ey. Aber da sieht man, ich hab mit meiner Mutter recht gehabt. Florian Scheller ist schwul. Und jetzt kommt Richi. Na, geh hin jetzt. Jetzt geht er aus der Tür raus. Was soll ich machen, Jungs? Was soll ich machen? Hier kann man...